Wir stellen hier auf der Messe erstmalig unseren neuen Micro-Twin-Prozess vor. Ein Mic-Mac-Prozess, der sehr schöne, sehr schnell zu schweißende Schweißnähte erzeugt. Vielleicht ein Beispiel, wofür die Lösung spricht und auch die industrielle, innovative Lösung spricht. Wenn man heute schöne Nähte schweißen möchte, dann braucht man ein WIC-Verfahren, wo man schweißt und dann nimmt man ein Stück Draht und führt im Sekundentakt zum Beispiel entsprechendes Material zu. Dann erzeugt man eine sehr schöne Schweißnaht, aber sie dauert auch sehr lange. Für die Industrie ist wichtig, dass ich schnell schweißen kann, mit der gleichen Qualität. Wir haben einen Prozess entwickelt, wo wir in einem Mic-Mac-Prozess genau diesen Prozess nur hundertmal schneller machen, dass wir den Lichtbunk-Prozess in zwei Phasen aufteilen. Einmal in einer Hochphase, in der fließt Material, wird also Material tropfenförmig übergeben. Und einer Pausenphase oder einer abgesenkten Leistungsphase, in der kein Material fließt. Das ist ganz wichtig. Das heißt, das, was der Schweißer so von Hand macht, macht der Lichtbunk-Prozess ganz schnell. Das heißt, ich nehme einen Mic-Mac-Prozess aus unserer Mic-Mac-Puls-Serie und installiere diesen Prozess und kann im Prinzip dann dieses WIC-Schweißen auf Mic-Mac-Basis simuliert, sozusagen in einer sehr hohen Geschwindigkeit, mit dem gleichen Ergebnis erzeugen. Und das sieht dann so aus, dass ich im Prinzip genauso wie beim WIC-Schweißen eine feinschuppige Naht habe, aber doppelt so schnell geschweißt. Das ist die Innovation. Eingesetzt werden kann das Verfahren für Stahl, Edelstahl, Aluminium, also das gesamte Spektrum, was im Einsatz für die Industrie wichtig ist. Und ich kann das sinnvoll einsetzen, ab 1 mm bis 8 mm Materialstärke. Sollten Sie weitere Interesse für den Prozess haben, dann können Sie sich gerne, wie unten eingeblendet, an die Infobox rennen. Dort sind weitere entsprechende Verknüpfungen und Verlinkungen vorhanden, um Ihnen entsprechende Fragen oder bei Interesse Kontakte zukommen zu lassen. Wenn ihr mehr solcher Beiträge sehen wollt, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal, um auch wirklich keinen Beitrag mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.